Hallo liebe Skorpionfrau, lieber Skorpionmann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute schauen, wie es nächste Woche bei dir aussehen wird. Ich halte das Intro kurz, die Informationen, die du brauchst, alle Informationen, die du brauchst, findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Ich bin ein bisschen wüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Also, schauen wir mal. Worauf läuft es für Skorpion vom 20. bis 26. Juli hinaus, bitte? Skorpion, vor meinem geistigen Auge sehe ich, wie du dich mit dem Rücken an eine Wand lehnst und immer wieder so gegen die Wand schlägst mit deinem Rücken. Du schlägst da immer wieder gegen die Wand mit deinem Rücken. Jene unter euch, die Rückenschmerzen haben, könnten das haben, weil sie auf eine falsche Art und Weise versuchen, eine gewisse Barriere im Leben zu durchbrechen. Skorpion, ich sehe, dass du mit dem Rücken gegen diese Wand stehst und dagegen schlägst, so wie wenn du es durchbrechen möchtest. Aber wenn ich so herauszoome, dann sehe ich, dass die Wand nicht wirklich breit ist. Das Thema hatten wir schon mal bei Steinbock Anfang Jahr, dass da eine Wand war und sie ums Verrecken diese Wand überwinden wollten, aber die Wand war nur so lang. Hier und hier war alles frei, man konnte da einfach drüber gehen. Ich habe das Gefühl, Skorpion, dass diese Wand bewusst dasteht. Das sind so diese Hindernisse hin zu etwas Neuem, weil sie dir irgendwo auch als Stütze dient. Man sagt ja, so gegen die Wand stehen. Nur noch den Wand hinter dem Rücken haben. Wenn man so in die Ecke getrieben wird, dann hat man zumindest noch die Wand, an die man sich lehnen kann. Ich glaube, dass diese Wand da hinter deinem Rücken gewissermaßen auch als eine Schutzbarriere für dich dient. Weil wenn du auf die andere Seite gehen würdest, hättest du dann das Risiko, dass du verletzt werden könntest. Und diese Wand, diese Ängste, diese Befürchtungen, diese seelischen Barrieren, Skorpion, sind Ausreden. Du wurdest in die Ecke getrieben, du hast keinen Ausweg mehr und eigentlich könntest du jetzt vorwärts machen, aber nein, 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 ich habe diese Traumatisierung, ich habe diese Ängste, ich habe dies und jenes. Und ja, ich muss dran arbeiten, sagst du, und dann arbeitest du schon dran, Skorpion, aber auf eine falsche Art und Weise. Würde mich nicht wundern, wenn manche von euch Rückenschmerzen hätten. Und es wird, ich habe das Gefühl, dass du bewusst versuchst, dich davon zu stehen, bewusst versuchst, diese Mauer trotz allem aufrecht zu halten, weil es eben diese Schutzfunktion hat. Schauen wir mal, was die Karten sagen. Zehn der Stäbe. Das ist eben diese unnötige Ballastkarte. Ich sage immer, Abfall, wegwerfen. Wegwerfen. Wenn man hier in dieser Situation sich befindet, dann kann man sich sicher sein, dass man hier unnötigen Ballast mit sich rumträgt. Und du trägst hier unnötigen Ballast herum, Skorpion. Du siehst hier nicht vorwärts und du musst alles alleine tragen. Es sind, also diese Ballaste, die du da hast, die bringen dich auf keine Art und Weise vorwärts. Das ist Abfall. Wenn du irgendwie jetzt sagst, ja, aber ich hatte mal mit dieser Dame, mit diesem Mann hatte ich diese, diese Erfahrung und ich habe Angst, dass in der Zukunft so etwas nochmals passiert, dann kann ich dir in Bezug auf das sagen, dass das Abfall ist. Die Person, die du damals gedatet hast, war Scheiße. Das sind keine objektiven Einschätzungen, die du da hast. Abfall, wegwerfen. Ja? Siehst du? Der Teufel. Also, weißt du, man kann ja irgendwo auch sagen, du hast hier gewisse Erfahrungen gemacht, da ist was passiert und schau, dass du nicht nochmals in sowas hineinkommst etc. etc. Die Sache ist nur die, wer auch immer dir diese Ballaste hier zugefügt hat, die haben selber nicht ganz sauber getickt. Das ist ja, das ist ja, wie wenn ich, ähm, wie heißen diese Menschen, die die Krankheit haben, da mit, wie heißt das schon wieder, die die Schimpfwörter sagen. Wie heißt das? Es gibt diese, es gibt doch diese Krankheit, wo diese Menschen diese, äh, diese, diese Schimpfwörter die ganze Zeit sagen. Wie heißt das schon wieder? Ihr wisst, welche Art von Krankheit ich meine. Ne, ich muss das jetzt googeln, sonst bleibe ich hier hängen. Nein, Moment. Tourette-Syndrom, mein Gott, Tourette-Syndrom. Wenn ich jetzt jemanden gedatet hätte, der Tourette-Syndrom hat und der dadurch sehr viele Schimpfwörter ständig rausgelassen hat. Natürlich kann man jemanden daten mit Tourette-Syndrom, aber was du hier tust, Skorpion, ist diese Schimpfwörter ernst nehmen und es anwenden auf zukünftige Menschen, die in dein Leben kommen. Wenn ich jetzt in der Vergangenheit jemanden gedatet hätte, der jeden Tag, dreimal am Tag, Pasta kocht. Spaghetti mit Soße, Nudeln mit Soße, mit diesem und jenem und dann drüber noch Mayo und dann hätte ich das gegessen und wäre ganz dick geworden. Und dann nehme ich das auf als Lektion und passe bei allen zukünftigen auf, dass ich nicht nochmals in diese Situation komme. Dann muss dir doch klar sein, dass irgendetwas mit einem Menschen nicht stimmt, der dreimal am Tag solche Dinge isst und dann noch Mayo drauf tut. Ja, du nimmst hier falsche Lektionen mit. Und ich meine, die Teufelskarte ist erschienen. Die Teufelskarte steht eben für das Übertreiben, für Obsession, für das, was man abwerfen muss. Und diese zehn Stäbe, die müssen fallen gelassen werden, Skorpion. Mittlerweile wird es nicht mehr für etwas Gutes benutzt in deinem Leben. Du missbrauchst diese zehn der Stäbe. Du hältst noch viel zu sehr fest an der Vergangenheit hier. Kraft, kommst hier raus, kommst hier raus. Es wird jetzt eine Zeit kommen, wo du deine innere Stärke finden wirst, wo du dein inneres Ich finden wirst. Es wird eine Zeit kommen, wo die Mauer dir ziemlich pupsegal sein wird. Es wird eine Zeit kommen, wo du merken wirst, hey, ich kann noch so viele Menschen daten, die dreimal am Tag Spaghetti kochen. Wenn ich weiß, dass ich nicht dreimal am Tag Spaghetti will und ganz bewusst meine Grenzen da setzen kann, dann kann mir ja nichts passieren. Also brauche ich diese Mauer nicht mehr. Wenn ich weiß, dass man bei jemandem mit Tourette-Syndrom diese Wörter nicht ernst nehmen darf, sondern diese Person in anderen Aspekten aufnehmen sollte, dann weiß ich ja, dass mir nichts passieren kann. Dann weiß ich ja, dass diese Mauer unnötig war. Ja? König in der Schwerter, Klarheit im Kopf. Klarheit im Kopf. Ich sehe hier eine Phase, Skorpion, wo du dir selbst an die Stirn hauen wirst. Ich dubel, wirst du sagen. Ja. Ja. Du wirst dir sagen, nee, ich habe jetzt ernsthaft an die Fehler von jemandem festgehalten, die an sich gar nicht Fehler waren. Das waren personenspezifische Dinge, die ich eigentlich nicht hätte aufnehmen sollen, so auf diese Art und Weise. Ich habe hier König der Stäbe, der dir hier nun gegenübersteht. Sobald du diese Klarheit im Kopf hast, Skorpion, wirst du noch einmal getestet hier. Wer auch immer diese Person ist, von der du diese falschen Ängste da aufgenommen hast, wird dir nochmals erscheinen. Und das ist ziemlich typisch im Leben, oder sobald jemandem etwas klar wird, wird man darauf getestet. Ja? Frag mal Menschen, die früher kriminell waren und das Ganze zurücklassen wollten. Kaum ziehen sie diese Linie, kommt eine unglaublich geile Gelegenheit, die aber kriminell ist, illegal ist. Und das ist dann der Test. Oder Menschen, die zum Beispiel gelernt haben, von einem bestimmten Typus Menschen abzulassen. Ja, solche Frauen, solche Männer darf ich nicht mehr daten. Bam, kommt ein solcher Mensch. Und das ist dann der Test. Und hier kommt der Test. Dieser Mensch wird dann nochmals auftauchen, Skorpion. Und dieser Mensch ist besessen damit, es nochmals mit dir zu versuchen und es dieses Mal positiv ausklingeln zu lassen. Dieser Mensch hat den Wunsch, die schlechten Angewohnheiten aus der Vergangenheit, die schlechten Verhaltensweisen aus der Vergangenheit hier abzuwerfen. Um als positiver Mensch mit dir eine positive Beziehung anzufangen und fortzuführen. Das hier ist das Kanal der Wahrsagerin. Ich sage hier die Wahrheit. Dieser Mensch hat hier aber grundsätzlich überhaupt nicht vor, irgendetwas an sich zu ändern. Es ist hier mehr der Eifer, der daraus kommt, dass du hier plötzlich diese Klarheit hast und die Bereitschaft hast, diesen Menschen aus deinem Leben rauszuschmeißen. Deswegen hat dieser Mensch diesen Eifer. Und die könnten dann mit dem Argument kommen, hey, ich habe mich geändert, ich bin jetzt anders. Ja, wir können nochmal beginnen. Ich will mit dir zusammen sein. Wir können unseren Traum erfüllen. Aber im Grunde hat sich nichts bei diesen Menschen geändert. Dieser Mensch hat sich aus diesem Skelett da, der den Tod darstellt und Erneuerung darstellt, sogar ein Halsband gemacht, so als Schmuck. Einfach damit du das Gefühl hast, dass das Alte abgestorben ist. Das ist aber nicht der Fall. Dieser Mensch hat ganz viele andere Pläne im Hinterkopf mit dir. Okay. Die Vision, die ich am Anfang erzählt habe, eben mit der Mauer, die eigentlich nicht da ist und die du da aufbaust, um dich zu schützen, um zu machen und zu tun, wo du dich selbst belügst, Skorpion, diese Angewohnheit hast du von diesen Menschen. Siehst du, sie sind hier gegen die Mauer und du hast hier eigentlich, wenn du mit klarem Kopf denkst, keine Mauer hinter dir. Sie haben das. Das könnte eine Angewohnheit sein, dass du von ihnen übernommen hast. Ja. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier frage ich, was du noch nicht über diesen Menschen weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.